Oh, scheiß Corona, Proberaum immer noch zu, immer noch zu Hause proben, ey. Erf mal in die Küche. Oh, Luca. Ja? Lass mich was abnehmen. Boah, ja klar, klar. Ich helf dir. Bitteschön. Danke. Sehr hilfreich. Dann, äh, also eigentlich könnte Jerry die Band doch alleine schmeißen. Kann ja eh alles. Bass, Schlagzeug, Gitarre, Klavier, Gesang, Balalaika, Mandoline, Stahltrommeln, Holztrommeln, Bronzetrommeln, Messingtrommeln, Stöcke und Zweige. Äh, Leute? Jo? Ich hab einen neuen Song geschrieben für die Band. So, soll ich euch den mal zeigen? Ja, das war. Pass auf. Alter. Das ist aber schon sehr progressiv. Au, 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 warte mal, warte mal, warte mal. Ah, das ist rückwärts. Ach so. So. Das ist der neue Song. Was meint ihr? Luca? Haben wir denn jetzt eigentlich schon alle Songs verbreitet? Also, ich würd' sagen, äh, so... Halbzeit. Also, ich würd' sagen, äh, so... Sebastian als Drummer. Also, wenn man seinen Verstärker lauter als zwei stellt, hört man ihn meistens nicht mehr. Also, bei, äh, dem neuen, da müssen wir noch gucken, ne? Dass wir die Gitarren dann noch unterbringen. Stimmt, da fehlt noch ein bisschen was. Dann müssen wir so... Ja, Jerry, also ich mag Jerry ja, aber seine Songs klingen halt einfach alle gleich. Ich würd' einmal erst mal stimmen, wir müssen jetzt mal vernünftige Sachen auf. Ja. Ey, Leute. Ich hab mir ein neues Audio-Interface gekauft. Übel das Schnäppchen gewesen einfach. Gerade mal dreieinhalbtausend Euro. Und die Vorverstärker sind einfach nochmal zwei Prozent besser als die davor. Luca. Wenn Oli Bass spielen würde, ihm würden wahrscheinlich auch die Bass-Saiten reißen. Luca. Ganz ehrlich, näh, näh. Komm, mach aus her. So, Jungs, können wir? Jo. Boah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020